Die Sprengelburg bin ich emporgestiegen und in der wunderbaren Abendsonne gegen 17.30 Uhr hab ich hier eine Eidechse entdeckt. Schaut mal wie schön die Sonnt sich. Hallo Süße. Das Frühjahr hat begonnen. Mensch toll. Eidechsen. Wunderschön. Auf der Sprengelburg im Kuseler Bergland. Von der einzigartigen Vielfalt unserer Natur, die die Mutter Erde zu bieten hat. Hier kann man sehen, wie wertvoll das Leben doch ist und wie schön es ist. Mit bemerkenswerten, bildlichen Eindrücken schließe ich diesen Vortrag und hoffe, dass ich auch viele Menschen erreichen kann, die sich dieser Schönheit bewusst werden und sich im Klaren darüber werden, wie wichtig es ist, diese zu erhalten. Freundliche Grüße, euer MLN MlN MlN